Ja, man hat dich auch vorher schon gehört, aber man hat halt alles gehört. Alles, was ich gesagt habe. Von der Maus und so, und sowas triggert mich tatsächlich. Ach so, das hört man auch noch. Na super. Ich geh mal strunzen, ich bin gleich wieder da, die Flugente kommt mit rein. Die Flugente. Da muss man hier auch wahrscheinlich Push-to-Talk machen. Ja, das wusste ich gar nicht. V. Geist. B. Alle. Hab das mit Push-to-Talk noch nie gemacht. Echt nicht? Nee, noch nie. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Höchst interessant. Push the talk. Frag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mein, mein. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Push the talk. Meine erste Erfahrung mit Push the talk. Spannend. Das muss ich mal merken. V ist Geist. B ist alle. Ich kann ja was werden. Ich glaube, dass das noch spielig ein bisschen bezanter ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, völlig. Ich würde nach oben gehen, wenn du hilfst. Oh, nein. Ich bin links. Oh mein Gott, die schlimmste Map für mich. Hallo. 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 Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hallo, Geist. Ich? Geist, ich bin alleine. Ja, mach Ben immer. Bitte öffne keine Türen. Zack, also Türen offen. Gib uns ein Zeichen. Ich habe sie ja wenigstens nicht zugemacht. Ja, das ist halt schlimmer. Geist. Geist. Geist, magst du eine Limo? Der Geist heilt James White. Hallo, James. Ich habe Angst. Geist. Oh mein Gott. Geist. Wo ist sie denn hängen gerannt? Wo ist sie denn hängen gerannt? Ich gehe hier. Hier. Ich gehe das. Ich gehe das. Ich gehe da. Was ist denn das da? Ich spiel mal Sekretärin. Mach mal das Licht an, James. Mutti hat Angst im Dunkeln. Mach Licht an, James. Bei mir. Wo ist denn bei mir? Ihr seid gerade vorbei gelaufen beim Eingang, den Gang ganz nach hinten. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Wir haben Bock. Wir haben Gefrier. Soll ich es eben öfter abschmeißen? Ja, mach mal. Na wunderbar. Ja, er hat Strom aus. Hier hinten ist auch schon Gefrier. Wo seid ihr? Hä? Wie geht denn das? Äh, wir sind ziemlich am Anfang, Tizzi. Ja, weil hier hinten die Doppeltür ist auch schon Gefrier. Okay, der hat auf der rechten Seite den nächsten geantwortet. Und wir haben uns hier, ja. Wer hatte die Tür zum Müllraum aufgemacht? Das war er. Der steckt hier hinten, Tizzi. Ja. Alter, ich schweiß mich an. Puh. Das ist da. Das ist ja hier drin. Also ist ja hier drin. Könnt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen genauer werden? Chipsy hier, der hat hier vorne die Chips gerade aufgemacht. So, ich habe hier vorne die Chips gerade aufgemacht. Guck mal direkt an den Türen hier, die durchlaufen. Ich habe es da hingeschmissen. Also, der ist hier vorne durchgelaufen. Oh, nicht sein Ernst. Oh, nicht sein Ernst. Oh, nicht sein Ernst. Boah, krass. Ah, ich würde schon aufs Buch gehen mit dem und ich. Ja, im Buch. Ha, korrekt. Und sie nimmst du Räucher? Oha, warte, deine Kerze hat mein Räucherstäbchen angemacht. Oh, scheiße. Das, äh, das... Ach, du Scheiße. Oha, das ist ja richtig. Oha, das ist ja richtig. Kamera? Ich habe nur Foto. Ja, meine ich ja. Darf ich mal kurz? Äh, warte mal. Da. Jetzt haben wir... Könnt ihr mal ein paar Räucherstäbchen drin schmeißen, bitte? Ich heiße Marvin. Ich habe versucht, das Foto zu fotografieren und es funktioniert ja auch nicht. Bei mir ist aber Interaktion. Wenn einer das Ufo begrafen hat... Das haben wir denn eigentlich schon? Ach, du Scheiße. Ich glaube, ich muss mal eine Sanity nehmen für die zwei, hm? Das ist so oke korrigiert. Okay? Fair needs 기본. K-K-K-K'u-K-K Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Alright. Okay. Okay. hhhh. Okay. 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 Ach, du Kacke. Hallo, Geist, 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 Geist. Wo war das, wo die da fast 50 Grad hatten? War das Amerika? In Spanien soll das auch so heiß sein. Hatte die Strecke durch die Bisschen? Nein, die werden halt nicht so abgenommen. Das ist nicht so ausuje. Das war belangrijk. Das war die Strecke, Hau. Dämon-Ski 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 oder? Ja 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 Dämon-Ski 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 Ich sag gar nichts, ich renn nur rein und zitter hier vorm Laptop. Könntest du mein angespanntes Gesicht dauerhaft sehen? Ich glaube, du würdest die ganze Zeit noch lachen. Nein. Außer ihr habt, wo Eke so einen Schiss hatte, bei diesem Team die ganze Zeit über mich gelacht, denn ja. Ich lach doch nicht.